Ciao Belli, wie geht es euch? Louis hier wieder am Start für euch. Hoffentlich gut, wie ihr wisst ja ganz genau, dank dem Herrn bei mir alles bestens. Er gibt mir hier wieder die Möglichkeit, euch was vorzustellen, aber was ich euch vorstelle, Leute, das ist ein kleiner Hidden Jam, sagt man auf Englisch, okay, ein kleiner Schatz, ja, aus Italien, das ist ein Nischenduft, ja, und endlich habe ich hier die Möglichkeit, das vorzustellen. Viele User hatten auch zu mir gesagt, bitte stell den vor, und nun habe ich jetzt die Möglichkeit, Kostüme Nationale, Cent Intense, okay, aus Italien, Leute, Top Duft, okay, das ist eine Top Haltbarkeit von über 5 Stunden, definitiv auf eure Klamotten, sogar teilweise bis zu 7, bis zu 8, das ist ein holziger Duft, das ist ein würziger Duft, das ist ein sehr, sehr bekannter Duft aus Italien, ja, sehr, sehr bekannter Nischenduft, und das ist ein Release seit 2002, den gibt es immer noch, ja, das ist wirklich, das ist Qualität, was hier dahinter steckt, high, und hier habt ihr hohe Qualität an Blütenduft, ja, das ist ein schöner Blütenduft, gemischelt, gemischelt mit Würze und mit Amber, und das ergibt wirklich sensationell, wirklich einen uniken Duft, definitiv sehr einzigartig, Unisex-Duft, solltet ihr wissen, Damen und auch Herren tragbar, und das ist ein Winter und Herbst auf den meinen Augen, eventuell auch für den Frühjahr noch tragbar, aber eher an kühleren Frühjahrstage, nicht an so warmen, für Sommer ist der eher ungeeignet, meiner Meinung nach, okay, Ingedienzen, Hochklasse, Leute, hier ist Hibiskus drin, Jasmin, Amber und Wood, ja, zu Hölzer, schöne, schöne, feine Hölzer in der Basis, toll, toll, das solltet ihr auf jeden Fall erschnüppelt haben, Bevor ihr hier im Blindby tätigt, gebe ich euch einen Ratschlag, schaut im Internet nach, nach der Community, kann sein, dass irgendein User ein oder zwei Millie euch abfüllen kann, bevor ihr es blind kauft, und dann ihr vielleicht eventuell enttäuscht seid, das ist es definitiv ein einzigartiger Duft, dann kann man nicht sagen, der ähnelt dem, der ähnelt dem, Deswegen, bevor ihr blind kauft, schaut lieber in der Community nochmal nach, ich bin fertig, Leute, das war es schon von mir aus, wir sehen uns beim nächsten Video, Gottes Segen euch und Ciao Belli!